Der Niederländische Stadt Den Haag Bevor wir uns näher mit Den Haag beschäftigen wollen, checken wir in unser Hotel ein, das sich in idealer Lage direkt im Herzen von Den Haag befindet. Praktischerweise verfügen alle Suiten über eine voll ausgestattete Küchenzeile mit Sitz- und Essbereich. Von hier aus sind viele Sehenswürdigkeiten der Stadt fußläufig zu erreichen. Wir holen unsere Fahrräder aus der Tiefgarage des Hotels und radeln zunächst zum 6 Kilometer entfernten Stadtteil Schevening. Mit seinen herrlichen Stränden und stilvollen Strandpavillons ist Schevening einer der Hauptanziehungspunkte von Holland. Sonnenanbeter können sich hier entspannen und schwimmen. Eines der auffälligsten Symbole von Schevening ist sicher der Pier. Nahezu 400 Meter lang und 45 Meter hoch führt er geradewegs in die Nordsee. Im Hafen von Schevening ist immer etwas los. Kutter, die auslaufen, Segeljachten, die hier anlegen und Urlauber, die eines der zahlreichen Restaurants besuchen, sorgen für Registreien. Zurück im Zentrum von Den Haag befindet sich gegenüber unseres Hotels der Binnenhof. In diesem Gebäudekomplex versammelt sich seit 1446 das riederländische Parlament. Der Plain ist der ideale Platz, um abends auszugehen. Hier reihen sich Cafés, Kneipen und Restaurants aneinander. Der Platz grenzt direkt an den Parlamentskomplex und an das Museum Maruzhuis, die im Schein der Abendbeleuchtung wunderbar zur Geltung kommen. Die Haager Innenstadt ist ein perfektes Ziel für eine Shoppingtour. Die Geschäfte im verkehrsberuhigten historischen Zentrum haben täglich geöffnet und bekannte Warenhäuser liegen in fußläufiger Entfernung zu angesagten Modepoutiquen und Concept-Stores. Die historische Innenstadt von Den Haag ist eine wunderschöne Kulisse für einen gemütlichen Einkaufsbummel. Die Haagsche Passage ist die älteste Shoppingmeile der Niederlande. Wir wechseln wieder auf unsere Fahrräder und fahren zum Hüstenbosch, dem Wohnsitz von König Wilhelm Alexander und Königin Maxima. Ein paar Kilometer weiter entdecken wir das schön in einem Waldstück gelegene Kastell de Wittenburg, in dem sich heute ein Vier-Sterne-Hotel befindet. Zurück in der Innenstadt von Den Haag genießen wir den Ausblick auf die schönen Grachen der Stadt. Mitten in der Innenstadt findet man ebenfalls den Königspalast Nord-Einde. Er ist der Arbeitspalast der königlichen Familie. Das Hofquartier ist der älteste Teil Den Haags. In diesem authentischen Viertel mit seinen verwinkelten Gassen ist schon seit dem Mittelalter einiges los. Wir würden uns freuen, wenn euch unser Rundgang gefallen hat und ihr diesen Kanal abonniert, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. geographisch? Bis zum nächsten Mal.